Die sind auch schon wieder da. Wie spät ist das? Nahe so gegen sieben Uhr. Wenigstens eine Gruppe, die eine Wald aufräumt. Was wollt ihr auf meiner Burg? Sie wollen heute sehen, wie ich fliege. Und mich dürfen nicht streicheln. Kommt, meine Kinder, beeilt euch. Die machen da gleich Feuer und Grün. Boah, das Stepp der Bär, haben die nicht eine geile Mucke? Frau Fuchs, wollen wir ein Tänzchen wagen? Oh ja, gerne. Boah, das Stepp der Bär.